das Witzige ist nachdem man die Wall of Flash besiegt hat ist hier der die Hölle der sicherste Platz weil hier die Monster im Gegensatz links in der Schwachsinn oh ich hab Soul of Night bekommen obwohl ich in der Hölle war ja komisch naja ähm wir müssen eigentlich Dark Shrine finden ich hab nur keine Ahnung mehr in welche Richtung denn jetzt die Corruption war wo denn die Dark Shrine waren ich glaub hier rechts das äh sehen wir uns jetzt mal an vielleicht kommen wir auch an Dingens vorbei an einem Hollow da ja der Corruption Ding anscheinend links gespawnt ist tipp ich mal das Ding ist Hallo äh leichtes ja so ist das Entschuldigung 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 irgendwie vielmals irgendwie das ist meine Stimme wenn ich aufhabe aufhabe ein Werwolf komm her Werwolf so da ist er Super wir haben Vollmond und Werwolf bekommen ja merk einfach braw braw tja das wird wohl immer so weiter gehen oder aber die kriege ich echt in 100 jahren nicht tot ja doch 100 jahre bestimmt ja hier haben wir hollo nicht ganz so schön dieser spektakulär nicht spektakulär nicht gut zu sehen das war ja gut zu sehen im Moment da ist ja dunkel ist aber ja genau es gibt hier diese Pisser die 220 leben haben meine Fresse ich brauche eine neue Waffe Mann lass mich in Ruhe okay was war das das war das oh nein lass mich in Ruhe oh Gott ich bin zu tot ja ich glaube es war keine gute Idee ohne ein fettes Schwert oder Flash zu besiegen zumindest nicht für mein Skill Niko denn das ist doch schwieriger als ich dachte ja ich brauche eine neue Waffe meine Waffe oh Mann das auch Vollmond sein muss ne ich krieg die Krise egal ich hab jetzt einfach über die drüber ich muss ich muss ich muss ich muss zwei Sachen machen ich muss diese scheiß Altäre zerstören zerstören und äh und äh da ist es äh Untergrund hier heiligen Dingens finden um mauerhaft zu ruckeln um um Crystal Shards zusammen mit denen kann ich mir dann ein echt gutes äh Laserschwert machen hell haha daneben waaa was hier für den Hard Mode sehr gut ist ah 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 ok weiter geht's ok wir haben hier Corruption ich glaube hier war diese Corruption die normale ja gut aus also aber ich geh jetzt hier mal runter und hoffen oh warte 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 ich hab noch die Hufe also ok ich muss nämlich aufpassen ja genau ganz genau so hier sind wir jetzt also in den tiefsten Tiefen der Corruption letzte Clip und wir mal Dingens und wie ihr seht haben wir jetzt neue Materialien quasi äh freigeschaltet äh ja genau nur worauf man achten muss ist sobald man diese Dingens zerstört kommen hier oh man solche Geister Geister oh nein Geister und diese Penner sind unglaublich stark ja also was heißt unglaublich stark also dieses Kind schon sehr stark also ich würde nicht sagen dass ich die schnellen ja das steht auch noch wo so ohne weiteres zerstören könnte wobei das jetzt natürlich einfach aussah weil das so gut bin verdammt schaum sage ich sterbe ich fast nein so das Ding ist die Geister die können nicht so hoch äh fliegen können zwar ein bisschen fliegen aber nicht so hoch halt und seht ja ich bin hier oben er dir erreicht mich schon nicht mehr außer wenn ich ihn natürlich so abschießt dass er auf mich drauf fällt das ist natürlich das sollte man natürlich nicht machen jetzt steht einfach so du Penner auch so muss ich mich erstmal eigentlich wieder heilen heil dich heil dich irgendwie heil dich der hat auch nichts zu heilen der hat nur mal klasse nur 7 Sekunden der hat nur noch 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 Diese Penner sind scheiße, denn die spucken Corruption aus und verbreiten das damit nicht so cool. Hey, lass mich hier in Ruhe. Und hier sehen wir schon, warum wir das ganze Zeug kaputt machen. So, das nennt man Kobalt, kann ich aber nicht aufnehmen, weil ich wieder Schrott machen will. So, wegen dem Kram und anderen Materialien haben wir diesen Scheiß kaputt gemacht und werden auch noch ein paar weitere kaputt machen. Bis ich... So, erstmal keiner sehe... Ja, Gott. Okay, zack. Ja, das hat schon mal wie gar nicht funktioniert. Ich glaube, ich muss hier dieses Gedinst-Dings hier mal wegmachen. Da war auch noch Kobalt, also... Wir müssen da hinten hin. Es gibt da hinten Kobalt. Wir brauchen Kobalt. Das ist wichtiges Stuff. Autsch. Und dann können wir uns erstmal eine gute Rüstung bauen, eine neue. Eine hübsche blaue. Das wir aber nicht sehen, weil wir unser... Unser cooles Gewand anhaben. Äh, aber egal. Ja. Dann sind wir erstmal besser gewappnet. Zumindest von Verteidigungstechnischen Gründen. Und dann... Alter, sind nicht viele Pfeiler. Okay, waren nur vier. Äh, so viele waren es dann doch nicht. Wenigstens jetzt gerade Tag. Hm, jetzt haben wir hier ein Ding jetzt gefunden, ne? So, hier geht's jetzt runter. Ist das denn hier jetzt auch so tief, dass ich... Ne, ne? Ne. So tief ist das hier gar nicht. Schade. Ja, wir müssen auf jeden Fall Untergrund Hollow... Hollow finden. Untergrund Hollow. Stirb, 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 stirb. Verdammt. Aber bin ich voll. Stirb einfach. Mist. Pixie Dust. I need it. I need some stuff. Yeah, keiner get it. Was muss ich wegschmeißen? Ash Block. Alter, habt ihr das gerade gesehen? Da ist gerade... Jetzt gerade... Ding ist gesport. Das ist ein Horn. Unglauben. Okay. Uuuh. Stirb, Einhorn, stirb! Todes Einhorn der Killers. Verdammt. Neiiiiiiiin! Dammit! Ehhh. 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 Oh, Mann. Okay. Die Seelen packen wir hin schon mal. Haha, oh, Mann. Nein. Ich sollte vielleicht... Ähhh... Shop. Ich kauf mal ein paar Kugeln. Na, warte. Ich kauf ein ganzes Arsenal Kugeln. Pfff. So, wie viel Geld habe ich? Wie viel Geld habe ich? Ich hab genug, ey. Ich hab genug Geld eigentlich. Genuuuug! Sag ich dir! Ich hab genug! Bro! Pass auf! Shop! Brau ihn nicht! Brau ihn nicht! Brau ihn nicht! Brau ihn nicht! Gib mir die Mini Shark! So, jetzt geben wir ein paar Kugeln. Ja, mit dem Scheiß. Ein Stack. So, jetzt geht's hier rund. Noch ein Stack. Oh, yeah. Ich blaste gleich alles weg hier. Wird keine Chance. Keine Chance, sag ich. Ja, Mann. So. Pass mal auf. Wie willst du das? Äh... Pass auf. Ich hab zwei coole Wachen jetzt. Mal dieses hier. Und die Mini Shark. So. Was cool an der Waffe ist, es schießt drei Schuss und wie ihr seht, hat er erst nur eine Kugel verborgen. Ausgezeichnet! Hab ich zufällig irgendeine gute? Nö, das muss ich nicht. Die hat dafür 8 Plötchen Spiel. 19 in Range, 6 Range. Dafür schießt die schneller. Äh... Tja. So, dann wollen wir mal gucken, womit ich was schneller totkriege. Muss ich halten? Nö, ich kann auch halten. Dann ist es auch gut. Dann macht da... Dann... 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 das dauert ja 100 jahre es geht wesentlich schneller und verbraucht auch weniger kugeln super das ist ja schon mal geklärt ja die schnitt mir schaden sich aufrüsten was aber sehr schwer ist weil nicht dafür ja genau schnell Ertränker schon mal nicht funktioniert hat doch funktioniert und verharrt hat es gibt es ja nicht was ist hier los für den Untergrund hinter hintergründ in der Dauer hintergründ ok 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 na komm her komm her Schleim okay bleib da Schleim so pass auf ich war jetzt irgendwo anders ich war jetzt erstmal den Kram hier da wo am da 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 da